Ich lerne Deutsch. Nummer 13201 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In der Schule lernen Kinder nicht nur Fakten, sondern entwickeln auch ihre kognitive Intelligenz. In der Schule lernen Kinder nicht nur Fakten, sondern entwickeln auch ihre kognitive Intelligenz. Das hast du richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Das hast du richtig gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin zufrieden mit den Fotos, die ich gemacht habe. Für die Lichtverhältnisse sind sie gut gelungen. Ich bin zufrieden mit den Fotos, die ich gemacht habe. Für die Lichtverhältnisse sind sie gut gelungen. Am 15. Dezember endet die Bewerbungsfrist für das Stipendium. Wir sollten jetzt schnell nach Hause gehen. Wir sollten jetzt schnell nach Hause gehen. Wir sollten jetzt schnell nach Hause gehen. Wir diskutieren oft darüber, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Weihnachten ohne Geschenke ist unvorstellbar. Weihnachten ohne Geschenke ist unvorstellbar. Weihnachten ohne Geschenke ist unvorstellbar. Die Freude beim Auspacken ist unvergleichlich. Die Freude beim Auspacken ist unvergleichlich.